Vielen Dank, Frau Spiegel und Frau Höfgen für Ihr Engagement. Vielen Dank, dass das hier überhaupt möglich ist, dass auch wir jungen Menschen eine Plattform bekommen und ihnen unsere Forderungen mit auf den Weg geben dürfen. Frau Spiegel, ich hatte in meiner Recherche gesehen, dass auch sie mal UN-Jugenddelegierte war. Von daher hoffen wir ganz stark auch an ihren Ansatz auf der UN-Klimakonferenz im Namen der Jugend für unsere Zukunft, für uns alle letztendlich. Genau, es geht jetzt so weiter, sie werden noch nicht gehen. Zum Glück, sie bleiben uns erhalten in den Themencafés, da freuen wir uns schon sehr. Und die werden wir jetzt einmal ganz kurz vorstellen, damit jeder weiß, wo er gleich hingehen kann. In Mainz ist am 22. November 2019 das Jugendklimaforum ausgerichtet worden. Jugendliche ab 14 Jahren wurden eingeladen, sich an verschiedenen Themencafés und Workshops zu beteiligen. Ziel der Veranstaltung war es, einen Forderungskatalog für einen besseren Klimaschutz zu erstellen. Wichtige Fragen sind dabei gewesen. Klimaschutz und persönlicher Lebensstil? Welche Auswirkungen hat mein eigenes Verhalten? Was bringt mehr Klimaschutz, Verbote oder Anreize? Was können wir Jugendliche tun, um aktiv das Klima zu schützen? Ja, also wenn man alleine schon in die Supermärkte schaut, viel die Plastiktüten, Plastikverpackungen und so, die sollten vermieden werden, versucht man, also versuche auch ich selbst zu vermeiden. Dann lieber mal die Paprika einzeln kaufen, anstatt das Dreierpack im Plastik. Dann auch natürlich öffentliche Verkehrsmittel lieber nutzen, anstatt mit dem eigenen Auto zu fahren. Ist zwar manchmal einfacher und lukrativer mit dem Auto zu fahren, aber die Bahn ist auch schnell, wird auch besser. Die arbeiten dran und zu Fuß ist eigentlich auch meistens kein Problem. Ich laufe zur Schule. Dadurch, dass man heutzutage verzichtet, also das ist notwendig, dass wir heute verzichten, und wenn wir das tun als Gesellschaft, dass wir dann langfristig Vorteile bringen, dass wir eben zum Beispiel die Kosten, die wir vielleicht in 10, 20, 30 Jahren anfallen werden für Klimaschutz, werden dadurch gesenkt und letztlich, glaube ich, dass Verzicht uns nur weiterbringt. Auch wenn es natürlich nicht nur über Verzicht gehen sollte, sondern auch durch Vorteile wie Innovationen und Anreize, um gleich auch zu sparen. Ja, also ich engagiere mich für den Umweltschutz jetzt schon seit Längerem, vor allem, ja, weil mir bewusst ist, wie schön wir es hier auf unserer Welt haben und weil ich gerne möchte, dass das so bleibt, weil mir das wichtig ist, weil es mir gut geht, wenn ich in der Natur bin, weil ich gerne möchte, dass andere Menschen das auch noch so erfahren können und weil ich es unfair finde, dass es anderen Menschen und Tieren wegen uns schlecht geht. Natürlich denke ich an Vorteile beim Klimaschutz, aber natürlich denke ich trotzdem an Verzicht. Also es schließt sich ja nicht aus. Der Verzicht ist, glaube ich, nicht auszuschließen, aber er bringt auf lange Sicht ja den Vorteil, dass wir unsere Lebensgrundlage erhalten können. Aber ich glaube tatsächlich auch, wenn längerfristig greifende Maßnahmen für den Klimaschutz tatsächlich installiert sind, dass man dann nicht mehr unbedingt so viel von seinem Privatleben einschränken muss, weil dann einfach das System das Ganze deutlich mehr übernimmt. Die Jugendministerin des Landes Rheinland-Pfalz, Anne Spiegel, betonte bei ihrem Besuch die Bedeutung dieser Konferenz, gerade was die Jugendarbeit betrifft. Ich bin wirklich beeindruckt, dass wir hier knapp 200 junge Menschen haben. Ich war auch gerade im Workshop gewesen zum Lebensstil, dass die Menschen auch wirklich so aktiv sind, die jungen Menschen sich so viele Gedanken machen und auch so gut informiert sind. Und also da behaupte nochmal einer, die junge Generation sei unpolitisch, sie ist hochpolitisch und sie wird alles daran setzen, um unseren Planeten zu retten. Und das ist auch gut so. Nicht nur die Jugendlichen aus den Oberstufen oder von der Uni haben sich mit Ideen und Anregungen eingebracht. Auch die jüngere Generation hat an dem Tag ihren Beitrag geleistet. Ja, tatsächlich hat es mich überrascht, dass es hier auch wirklich einige junge Teilnehmerinnen und Teilnehmer gibt, die noch nicht mal 16 Jahre alt sind und sich schon sehr viele Gedanken machen zum Thema Klimaschutz und was können wir auch ganz konkret tun, die auch in ihrem persönlichen Lebensstil schon einiges tun und sich auch an ihrer Schule dafür stark machen, dass Klimaschutz ein stärkeres Thema wird. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Und ich habe vorhin auch ein relativ junges Mädchen gesehen, die schätze ich ist im Grundschulalter. Also da merkt man, die Menschen sind doch sehr, sehr jung, die hier auch sich beteiligen. Und das finde ich ein sehr gutes Zeichen für unsere Demokratie auch und für die nächste Generation. Bevor es in die Themencafés und Workshops gegangen ist, gab es noch Impulsvorträge mit spannenden Themen und Fotos. Wo man am ehesten, das waren auch eure ersten Antworten, woran erkennt man die Klimaveränderung oder die Erderwärmung, das erkennen kann, ist natürlich Eis, weil Eis schmilzt. Das ist eine wunderbare Aufnahme. Hier ist Grönland, hier ist die Arktis, hier ist jede Menge Russland, 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 Russland. Dann kommt USA und Kanada und hier haben wir wieder Grönland, also eigentlich politisch gesehen Dänemark. Das sind vielleicht Bilder, die einige kennen. Sie sind von der NASA. Aber das ist die Arktis im Jahre 1980. Immer aufgenommen nach dem Sommer, weil da die Eisbedeckung am dünnsten ist. Achtung, zehn Jahre später. Und nochmal 20 Jahre später. Was ist zu erkennen? Die Hälfte der Fläche ist weg. Jetzt kommt ein bisschen Physik. Wenn wir jetzt hier die Erde bescheinen von der Sonne, was macht die Sonne auf der weißen Fläche? Bitte. Er lacht, ja. Also jetzt kommt folgender Effekt, den spielen wir mal eben mit dir durch. Also da Sonne scheint, das meiste Sonnenlicht wird reflektiert, steht der Erwärmung nicht zur Verfügung, korrekt? Das heißt, alle weißen Flächen, ganz einfach gesagt, würden eher die Erde abkühlen oder zumindest nicht erwärmen. Und was passiert denn hier? Jetzt kommst du mit einer zweiten Aussage. Sag nochmal. Also das Meer ist relativ dunkel, absorbiert. Was passiert da mit der Temperatur? Was heißt das für das Eis? Richtig. Und so weiter. Und ich kann das jetzt unendlich weiterführen. Das sind sehr selbst verstärkende Effekte. Und in der Klimaforschung spricht man da sogar schon in Teilbereichen, ich kann das jetzt nicht vertiefen, von Kippelementen. Das heißt, einzelne Elemente auf der Erde, die mit dem Klimawandel zu tun haben, die fangen jetzt an zu kippen. Das Problem ist, wenn eins kippt, werden andere mit angestoßen. Domino-Effekt kennt ihr, ne? Domino-Steine hintereinander und genau das kann passieren. Das Problem ist, die Wissenschaftler können exakt nicht genau sagen, was kommen wird. Und da kannst du auch mit Technik nicht viel machen, weil du kannst nur mit Technik auf Sachen reagieren, die du kennst. Und da werden neue Systeme angestoßen, die kennst du gar nicht. Jetzt gehen wir mal weiter. Das ist jetzt aber rein quantitativ, die Darstellung. Jetzt sage ich mal, jetzt habe ich euch eigentlich in die Irre geführt, so muss ich sagen. Denn ich habe jetzt was gemacht, was oft gerne gemacht wird, um Tatsachen zu verfälschen. 1980. Und ich habe aufgehört mit 2012. Da war nämlich die Ausdehnung am geringsten. Das heißt, ich habe einmal die größte Ausdehnung genommen und einmal die geringste. Das wirkt natürlich. Ist wissenschaftlich aber nicht okay. Dazu habe ich jetzt ein 218er Bild genommen. Das passt jetzt vom Maßstab nicht ganz, aber man kann es sich ungefähr vorstellen. Und da denkt man, oh, ist ja besser geworden. Ist größer die weiße Fläche. Aber da ist nicht die Quantität ausschlaggebend, sondern was kann man auch noch zeigen? Wenn ich von Quantität rede, ganz einfach, bitte. Die Qualität ist das andere. Die Qualität, was könnte die Qualität des Eises bedeuten? Was ist das? Bitte. Ganz laut. Die Dicke von der Eisschicht. Und die kannst du bestimmen über das Alter. Relativ einfach. Jetzt wirklich ganz runtergebrochen. Dickes Eis ist altes Eis, ist gutes Eis. Ganz einfach gesagt. Und jetzt zeige ich euch nochmal den Vergleich von vorher. 1980. Weiß ist uraltes Eis, ganz dickes Eis. Grau ist junges Eis. Da kann kein Eisbär mehr drauf laufen. Das ist zu dünn. 1980. Und jetzt kommt das vermeintlich bessere 2018er Bild. Achtung. Finde ich fast noch schlimmer als die quantitative Darstellung. Es kann sich ganz schlecht wieder neues Eis bilden. Das sieht man in so Sachen wie. Russland freut sich zur Zeit wieder. Die konnten das erste Mal im letzten Januar mit einem Schiff oben über die Arktis fahren, ohne dass sie einen Eisbrecher gebraucht haben. Die Industrie freut sich. Die verkürzen Wege und verkaufen einem das als Umweltschutz, weil der Weg ja viel kürzer ist. Möchte ich nicht weiter vertiefen. Kann man ein anderes Mal drüber reden. Jetzt habt ihr alle gesagt, ich muss da ein bisschen mal drauf eingehen. Die Arktis schmilzt und der Meeresspiegel steigt. Ich behaupte, das ist Quatsch. Wenn die Arktis schmilzt, steigt der Meeresspiegel um nicht einen einzigen Millimeter. Bitte. Extrem wichtige Aussage. Ich wiederhole das nochmal. Das ist wie ein Wasserglas mit einem Eiswürfel drin. Voll bis zum Rand. Und ihr quatscht und ihr quatscht und ihr quatscht. Was macht der Eiswürfel? Löst sich auf. Läuft das Glas über? Never ever. Würde ich das genauso machen und legt zwei Strohhalme drauf und macht das Glas bis oben hin voll und legt oben drauf den Eiswürfel. Und ihr quatscht. Der Eiswürfel schmilzt. Was passiert mit dem ersten Tropfen? Das Glas läuft über. Das ist Festlandseis. Ganz, ganz wichtig. Wird in der Öffentlichkeit andauernd durcheinander gekloppt. Muss man darauf hinweisen. Man spricht bis zum Ende des Jahrhunderts übrigens von einem Anstieg bis einem Meter. Vor einem Jahr hat man noch mit 50 Zentimeter gerechnet. Denkt dran, was wir eben gesagt haben. Der Klimawandel wird schnell. Weiter geht's. Wir sparen uns mal Grafiken. Wir sind in Alaska, weil das ist nicht nur ein lokales Problem, was wir da oben in der Arktis sehen, sondern weltweit. Eine Aufnahme von 1996. Hier ist die Eiskante des Gletschers. Hier unten ist der Maßstab, zwei Zentimeter. Wenn wir von dieser Eiskante gehen und gehen hier bis zu dem Schriftzug, haben wir ungefähr 15 Zentimeter, zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, vierzehn, ja, 15 Meter ungefähr hinkommen. Achtung, 1996 und jetzt 2011, 25 Jahre. 15 Jahre, dann ist ein 86er Bild, Entschuldigung. Und ihr seht, da war die Eiskante. Die Eiskante ist jetzt hier. Das sind vielleicht vier Kilometer in 25 Jahren. Und jetzt kommt das Bild 2011 bis 2018. Das sind sieben Jahre. Das sind 25 Jahre. Und Achtung, das ist in sieben Jahren passiert. In den letzten. Wie wirkt das auf euch? Haben wir Zeit, was den Klimawandel angeht? Können wir immer noch sagen? Du sagst, nein. Haben wir nicht mehr. Wir können nichts mehr nach hinten verschieben. Das heißt, wir müssen Druck machen. Ich muss mal auf Politik eingehen an der Stelle so ein bisschen. Da gibt es ja dieses Klimapaket der Bundesregierung, die gesagt haben, CO2 muss Geld kosten. Zehn Tonnen. Wenn dieses Klimapaket gekommen wäre im Jahre 1995, hätte ich gesagt, super Entscheidung. Wir haben aber 2019. Und die Wissenschaft redet seit 25 Jahren auf die Politik ein. Und deswegen gibt es jemanden wie Greta, die sagt, ich habe die Nase voll. Ich muss jetzt hier irgendwas tun. Ich kann nicht einfach sitzen bleiben. Deswegen seid ihr hier. Extrem wichtig. Wenn wir alten Säcke das nicht hinkriegen, dann müsst ihr gucken, dass ihr es hinkriegt. Und uns in den Hintern treten, damit es schneller geht. Und da was passiert. Dann ist es verdammt nochmal eure Zukunft. Meine nicht mehr. Ich bin zwei Klima alt. Also 60. Man spricht immer beim Klima von 30 Jahren. Wenn man über das Klima redet, hat man immer einen Beobachtungszeitraum von 30. Ihr habt die ganze Sache vor euch. Deswegen extrem wichtig, Argumente über diese Bilder zu kriegen. Wir gehen weiter. Die Jugendlichen haben sich für zwei Themencafés anmelden können. Dafür sind zweimal eineinhalb Stunden veranschlagt worden. Wer nicht nur in der Theorie Umweltschutz lernen wollte, konnte sich auch an den Praxisworkshops versuchen. Unter anderem ist der Kochbus Rheinland-Pfalz mit seinem Team vor Ort gewesen. Gezeigt wurde dort, wie klimafreundliches Kochen funktioniert. Am Ende der Veranstaltung haben die Jugendlichen ihre in den Themencafés ausgearbeiteten Forderungen vorgestellt. Also ja, wir haben uns mit den Klimawandelfolgen beschäftigt und daraus ein paar Forderungen abgeleitet. Zunächst ein, glaube ich, ganz großes Diskussionsthema war die Durchsetzung der CO2-Bepreisung, die ja so jetzt eigentlich schon kommen soll im Rahmen des Bundesklimaschutzgesetzes. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das so viel zu schwach ist und wir irgendeine deutlich adäquatere Form von CO2-Bepreisung brauchen. Das war der erste große Punkt. Dann gleichzeitig ein Ausbau von erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz parallel zueinander. Und auch ganz wichtig im Bereich Mobilität, den Ausbau des ÖPNV entweder kostenlos oder in Form von 365-Tage-Ticket auf jeden Fall deutlich günstiger. Und natürlich, das Netz muss auch deutlich besser ausgebaut sein, dass es einfach angenehmer ist, den ÖPNV zu benutzen, anstatt das Auto. Ja, genau. Dann gab es noch die Idee oder auch, was viele gesagt haben, eine Einführung von einem Plastikverbot oder zumindest einer Quote, die dann zum Beispiel bei medizinischen Produkten, dass da Ausnahmeregelungen natürlich sind, wo das unbedingt notwendig ist, aber so weit wie möglich die meisten, vor allem Einwegverpackungen, quasi zu verbieten. Genau. Und dann gab es noch die Idee der Einführung von Klimaschutz als Schulfach beziehungsweise es deutlich mehr in den Lernplan zu verankern. Genau. Das waren aus dem Thema die größten Forderungen. Also wir haben insgesamt sieben Forderungen überlegt. Die überschneiden sich eigentlich ziemlich mit denen von vorher. Wir haben auch Ausbau von ÖPNV und kostenlosen Nahverkehr und so weiter. Dann, wie auch die andere Gruppe schon gesagt hat, Ausbau von Fahrrädern und irgendwie Verringerung von Autoverkehr oder dass Individualverkehr irgendwie in gewisser Weise verringert wird. Und was man jetzt in Städten vor allem beobachten kann, dass der Radverkehr total schlecht ausgebaut ist und dass Radwege häufig ins Nichts führen und viel zu schmal sind und einfach nicht gut befahrbar sind. Und das wollen wir ändern. Das war eine Forderung, die uns sehr interessiert hat. Okay, und wie die vorige Gruppe auch, finden wir auch, dass Bildung sehr wichtig ist und vor allem junge Menschen aufgeklärt werden sollten. Beispielsweise in Form eines Schulfachs oder auch eben dadurch, dass außerschulische Angebote verstärkt angeboten werden. Und dann haben wir noch einen Punkt, und zwar, dass stärker gegen die Verschwendung von Lebensmitteln vorgegangen werden sollte, indem man eben die aktuellen Gesetze und Richtlinien ändert. Beispielsweise bezogen auf Lebensmittel, die nach überschreitendes Mindesthaltbarkeitstatum einfach im Müll landen oder einfach, oder dass Lebensmittel, die einfach nicht schön aussehen, auch weggeworfen werden, obwohl sie noch essbar sind. Genau, und ich übernehme dann einfach mal den Rest. Eine Sache, die auch sehr wichtig war den jungen Menschen in der Gruppe, war Transparenz bei den Produkten. Weil es ist wirklich so, dass man erstens oft nicht weiß, wo kommen die Sachen her, was steckt drin, oder man muss dafür irgendwie erst irgendein Biochemistudium absolviert haben, damit man das versteht. Und das ist die erste, genau das Blaue. Da steht ehrliche Produkttransparenz drunter, ist ein bisschen klein. Aber auch die ganzen Labels, Bio, Fairtrade, mittlerweile gibt es ja auch in Discountern Bio- und Fairtrade-Produkte. Es ist total unübersichtlich, man weiß überhaupt nicht mehr, was kann man da glauben. Warum ist es wirklich Bio? Da muss viel mehr Transparenz dahinter stehen. Und da muss eben auch so ein bisschen gegen Etikettenschwindel, also was heißt ein bisschen, da muss ziemlich gegen Etikettenschwindel und auch gegen Greenwashing vorgegangen werden, weil natürlich will sich jedes Produkt von der besten Seite zeigen, beziehungsweise die Hersteller dahinter. Das ist sehr wichtig, damit man eben dann im Endeffekt dementsprechend auch handeln kann und dementsprechend sich entscheiden kann, was man kauft und was man nicht kauft. Dann, was hatten wir noch nicht? Genau das eine, das etwas kleinere hier, jetzt das Dunkelblaue, da steht aggressive Wärmemaßnahmen stoppen. Gerade unterbewusst werden wir ja irgendwie alle mit Werbung konfrontiert und beeinflusst. Da fühlen sich viele gestört. Es ist natürlich wahrscheinlich nicht so einfach, diesen Punkt jetzt irgendwie anzugehen. Aber das führt natürlich eben auch dazu, dass wir dann Entscheidungen vielleicht gar nicht so bewusst treffen, sondern auch intuitiv Dinge treffen und manipuliert werden. Dann, was auch noch war, zum Lebensstil gehört ja auch Aktionismus. Und die Jugendlichen sind derzeit, wie man auch bei Fridays for Future sieht, sehr aktiv, dass da aber eben noch mehr Backup kommt von oben, dass da auch mehr Beistand ist, dass da nicht irgendwie nur die bösen Zungen laut werden. Ja, das machen sie ja nur, um die Schulter zu schwänzen, sondern dass da einfach viel mehr auch die Politik dahinter steht und sagt, wir finden das gut, was sie machen und wir unterstützen die auch dabei. Genau, das war eben auch noch eine Forderung. Die einfach nicht schön aussehen, auch weggeworfen werden, obwohl sie noch essbar sind. Genau, und ich übernehme dann einfach mal den Rest. Eine Sache, die auch sehr wichtig war den jungen Menschen in der Gruppe, war Transparenz bei den Produkten. Weil es ist wirklich so, dass man erstens oft nicht weiß, wo kommen die Sachen her, was steckt drin oder man muss dafür irgendwie erst ein Biochemistudium absolviert haben, damit man das versteht. Und das ist die erste, genau das Blaue. Da steht ehrliche Produkttransparenz drunter, ist ein bisschen klein. Aber auch die ganzen Labels, Bio, Fairtrade, mittlerweile gibt es ja auch in Discountern Bio- und Fairtrade-Produkte. Es ist total unübersichtlich, man weiß überhaupt nicht mehr, was kann man da glauben, ist es wirklich Bio? Da muss viel mehr Transparenz dahinter stehen und da muss eben auch so ein bisschen gegen Etikettenschwindel, also was heißt ein bisschen, da muss ziemlich gegen Etikettenschwindel und auch gegen Greenwashing vorgegangen werden, weil natürlich will sich jedes Produkt von der besten Seite zeigen, beziehungsweise die Hersteller dahinter. Das ist sehr wichtig, damit man eben dann im Endeffekt ja dementsprechend auch handeln kann und dementsprechend sich entscheiden kann, was man kauft und was man nicht kauft. Dann, was hatten wir noch nicht? Genau, das eine, das etwas kleinere hier, jetzt das Dunkelblaue, da steht aggressive Wärmemaßnahmen stoppen. Gerade unterbewusst werden wir ja irgendwie alle mit Werbung konfrontiert und beeinflusst. Da fühlen sich viele gestört. Es ist natürlich wahrscheinlich nicht so einfach, diesen Punkt jetzt irgendwie anzugehen, aber das führt natürlich eben auch dazu, dass wir dann Entscheidungen vielleicht gar nicht so bewusst treffen, sondern auch intuitiv Dinge treffen und manipuliert werden. Dann, was auch noch war, zum Lebensstil gehört ja auch Aktionismus und die Jugendlichen sind derzeit, wie man auch bei Fridays for Future sieht, sehr aktiv, dass da aber eben noch mehr Backup kommt von oben, dass da auch mehr Beistand ist, dass da nicht irgendwie nur die bösen Zungen laut werden, ja, das machen sie ja nur um die Schulter zu schwänzen, sondern dass da einfach viel mehr auch die Politik dahinter steht und sagt, wir finden es gut, was sie machen und wir unterstützen die auch dabei. Genau, das war eben auch noch eine Forderung. Super, okay. Dankeschön, ihr habt nebenbei schon abgestimmt. Danke euch fürs Vorstellen, Dankeschön fürs Erstellen überhaupt. Und hier haben wir eine klare Tendenz. Interessant auch, dass hier wieder Mobilität eine große Rolle spielt, aber die größte Abstimmung bekommt tatsächlich ehrliche Produkttransparenz. Junge Menschen wollen wissen, was sie kaufen und welche Konsequenzen ihr Konsum letztendlich haben. Was kann man da politisch machen? Ja, also diese Forderung, die kann ich sehr gut mitnehmen. Und natürlich gibt es verschiedene Anwendungsfelder. Ich habe gehört, ich soll mich doll beeilen und nicht so lange reden. Also ganz aktuell auch im Bundesrat das Thema Tierhaltungskennzeichnung. Sehr entscheidend auch, was die Klimarelevanz angeht. Und hier sind wir in der intensiven Diskussion, dass wir tatsächlich dazu kommen, dass jeder von Ihnen erkennen kann, wie ein Tier gehalten wurde. Also ob im Freiland oder in der Intensivhaltung, ohne Auslauf und so weiter und so fort. Und ein solches Zeichen könnte ja auch noch erfassen, ob es jetzt zum Beispiel mit Importfuttermitteln zu Lasten von Regenwald gefüttert wurde. Also wir setzen uns ein für eine deutlich bessere Tierhaltungskennzeichnung und sehen uns da auch unterstützt. Ich hoffe, da kommen wir weiter. Dankeschön. Und nun die dritte Gruppe bitte auf die Bühne. Das war Klimaschutz und Innovation. Gibt es da jemand, der die Forderungen verträgt? Wunderbar. Also ich bin Johanna. Und wir haben insgesamt 33 Forderungen formuliert bei uns im Gespräch. Haben jetzt aber nur sechs zur Abstimmung bereitgegeben. Und die wollten wir einmal kurz vorstellen. Als erstes haben wir das Tempolimit von auf den Autobahnen 100 oder 130. Da gab es so Unterschiede in den verschiedenen Gruppen. Das ist aber erstmal ja auch nicht so bedeutend, aber einfach, dass man ein Tempolimit festlegt auf den Autobahnen und auch, dass man die 30er-Zonen in den Innenstädten ausbaut. Dann, was jetzt ja auch schon häufiger genannt wurde, der kostenlose ÖPNV oder eben dieses 365-Euro-Ticket. Verbot von Massentierhaltung. Das ist der grüne Balken, der hier so abgeht. Ja, auf dem Balken nebendran sieht man, dass wir unter anderem auch über Klimaschutz als Schulfach gesprochen haben, was jetzt auch schon mehrfach erwähnt wurde. Einfach auch, um eine bessere Aufklärung der Schüler zu erreichen. Ein anderes Thema war auch das Verbot von Einwegbechern, also To-go-Bechern, da momentan immer noch Tausende dieser Becher pro Stunde verkauft werden und es vermeidbarer Müll ist. Und wir kamen auch, wie schon einige andere Gruppen, auf eine höhere CO2-Bepreisung, damit diese CO2-Emissionen vermieden werden können. Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfgen hat die Veranstaltung den ganzen Tag über begleitet und sich auch an den Themencafés beteiligt. Für sie war es ein besonderes Anliegen, da diese Forderungen im Dezember 2019 auf der UN-Klimakonferenz in Madrid vorgetragen werden. Ich denke, die sind alle willens, etwas zu tun und engagieren sich. Natürlich haben sie Forderungen, die radikal sind, ja. Aber ich denke, die Ziele, die einen uns. Und es ist auch tatsächlich so, dass ich befürchte, wenn wir die Forderungen der Jugend nicht aufnehmen, wird es zu einem absoluten Generationenbruch kommen, wie wir es vielleicht 1968 mal erlebt haben mit unserer Elterngeneration. Wenn wir das vermeiden wollen, dann gehen wir gemeinsam für den Klimaschutz voran. Ich bin voller Hochachtung, muss ich sagen, was die jungen Leute angeht, weil sie sehr differenzieren, die verschiedenen Ebenen, und auch bereit sind, sich vor Ort einzubringen. Ich denke, das Allerwichtigste ist, dass wir Klimaneutralität bis 2050 erreichen und alle Maßnahmen so angehen, dass das auch möglich ist. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020